Hallöchen und willkommen zurück im Aufen beim Bausimulator. Guten Tag, hallo! Und ja, wir sind wieder mal im Live-Explay. Nicht wundern, das falls man hier irgendwie auf Leute im Chat und so, ne? Kennt ihr ja vielleicht inzwischen. Kann passieren. Warum keine Leute im Chat? Suchen wir uns mal einen Auftrag, ne? Wir haben so ein paar andere Aufträge scheinbar auch in den Standarddingern, aber lieber der Sonderauftrag, der da Stadion-Tribüne heißt. Hey, letztes Mal haben wir die Lichter auch irgendwann gemacht. Ja, man. So professionell und jetzt geht's schon um Tribünen. Und diese Tribüne... Oh, die Tribüne wenigstens viel baggern. Hoffe. Ich renne mal hoch zum Vorarbeiter, wa? Ja. Mit Tribünen kenne ich mich aus. In Minecraft haben wir da jetzt auch Inners gebaut. Aha. Ja. Immer diese Schleichwerbung. Gucken wir mal eben die Baustelle an. Neu Treiber. Ey, da wohne ich gar nicht hier oben. Ist doch da. Ist bestimmt auf der Baustelle. Deswegen gehe ich da gerade hin. Da steht irgendwie noch unser Tiefladerhänger an der Baustelle. Sehr gut. Wir haben letztes Mal alles zurückgeholt, oder? Naja, ganz komisch. Aha, wir müssen viel gießen. Gießen? Schon wieder nach Gießen. Gießen? Ja. Ist ja, also... Der Ort scheint hier beliebt zu sein. Haha. Na, da bringe ich schon mal die Beton... Hallo, Vorarbeiter. ...Walze vorbei. Und sonst müssen wir bloß Sachen holen. Ich denke, dafür brauchen wir den Schlepper. Mischer und Gießer. Ich glaube, wir haben hier keinen Platz, um den Kran hinzustellen. Okay. Genau. Ich habe einen Mischer. Ja, dann nehme ich mal den Gießer. So, wo ist denn überhaupt die Baustelle? Na, beim Stadion. Ach, das Stadion war ja sonst nie dort. Das haben sie gefixt. Hat eine andere Baustelle bestimmt umgesetzt. Ein anderes Bauunternehmen. Weil wir wahrscheinlich dafür zu blöd sind. Den Mischer und den Gießer. Den Mischer und den Gießer. Der Gießer ist sogar noch zu 100% voll. Okay, Level 3 Kran brauchen wir dann noch. Und irgendwas hin und her fahren. Okay, dann fahre ich den Kran noch hin. Aha. Firmengelände. Wer hat denn das jetzt interessiert? Na, mich. Ach so. Der Magus nickt bei mir schon wieder über die Autos durch die Gegend. Sehr schön. Hä? Nö. Ja, du hast bei mir einen weißen VW-Beatle weggeguckt. Habe ich überhaupt nie. Bei mir steht er wirklich nie da. Bei mir stand einer und du hast ihn gebetetet. Oh nein. Und? Dass du immer so sentimental bist, wegen Beatles. Die sind lange tot. Ja, und? Eine Güte. Deswegen kann man ja wirklich nochmal sentimental werden. Ist das nie auch eine Band? Sentimental? Wer ist dieser sentimental? Sentimental. Sentimental. Geil. Wir sind überall, wo Mago langgefahren sind, stehen bei mir irgendwie Autos mitten auf dem Gehweg. Ich denke, da hast du die Autos durch die hier war Mago. Schön. Immer wenn irgendwo ein Unfall ist. Aber wer weiß, ob du den richtigen Weg fährst. Natürlich. Ich habe ein Navi von 1907. Ah, ja. Da sind ja die neuesten Straßen drauf. Oh, ich habe gerade den Kran umgeschmissen. Das Navi ist rund. Das ist bestimmt auf einer Smartwatch, oder? Wer ist rund? Das Navi ist rund. Das ist bestimmt auf einer Smartwatch. Na klar. Kein Wunder, wenn du die ganze Zeit auf die Uhr guckst beim Fahren, dass da auch mal Autos drauf gehen. Na, das hieß ja nie. Es hieß nur Hände weg am Steuer. Äh, Hände weg am Steuer. Hände weg beim Fahren. Vom Steuer, was? Hände weg vom Steuer beim Handy. Na genau, wenn du ans Handy gehen musst, kannst du nie am Steuer sein. Das geht ja nie. Deswegen ja. Denk da mal ein bisschen mit. Okay. Denk doch mal mit. So, bin da. Bin da, Werner. Ja, zu 60% ist es noch voll. Das ist ja ganz gut. So, ich gieße das alles mal gegenüber in das Freibad. Okay. Da freuen sich die Leute. Ist so nett. Ach, ist das dämlich. Die Säulen stehen ja noch so weit auseinander. Ja, ja. Man muss x-mal umparken wahrscheinlich. Also, B-Säulen kannst du vielleicht auch drei. Also, drei Reihen kriegst du vielleicht hin, wenn du dich so in die Mitte stellst. Aber dann? Dann wirst du. Naja. Warte, soll ich mich mal so hier hinstellen? Na, ich hab mich noch nie endgültig positioniert. Na, du kannst dich ja mal entscheiden, wo du dich mit dem Blauen hinstellst. Ich stelle dann den Grün dahinter. Das sind ja wieder Sachen. Na, du bist hier der Gießer. Ey, ich hab ja, ich hab mir einen neuen Grafikkartentreiber drauf gemacht. So schwarz sah ich noch nie aus, ey. Das freut uns. Oder so. Ja. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Tut mir leid. So, los geht's. Dann fahren wir mal alles aus. Ausfahren bin ich gut. Das glaube ich dir. Ja. Ähm. Dann. Das klappt auch. Im Stream lief übrigens die ganze Zeit Musik. Naja, egal. Aber nicht in Aufnahme. Wayne. Machen wir mal, machen wir mal die Klappe auf hinten, du. Interessant. Das war neu. So, hallo Twitch. Dann hört ihr uns jetzt auch einmal, ja? Schön. Was immer noch nie? Wir haben uns vorher auch schon gehört. Achso. Hä, wieso krieg ich ihn? Ich krieg ihn nie hoch. Oder? Hast du soll ich noch mal ein Stück vor? Oder du kannst noch mal ein Stück vor? Ich hab ja die Musik gar nicht in der Szene drin. Alles gut. Alles gut. Passen, du, jetzt entscheid dich doch mal. Ich krieg ihn nie hoch. Der Hänger. Kriegst ihn. Da gibt's keine blaue Pillen dagegen. Das krieg ich hoch. Super. Rechts, links kann die hochfahren. Wo kommt der denn her? Och Mann, was ist denn das jetzt für ein Dreck? Haben die hier wieder gemacht? Mit W. Naja, ich drück die ganze Zeit W. Drück W. Verdammt. A und D geht komischerweise. W. Oder S? Ne, W. Y. Y-Lon. Y-Lon. Achso. Ah, danke. Ey, du kannst die Klappe ruhig offen lassen. Hält die Klappe. Was bist denn jetzt so? No, was bist denn jetzt so? Probier's nochmal. Das ist echt komisch. Versteh ich nie. Dann schau ich mal, was wir noch so besorgen müssen. Warte mal, mach gleich mal aus, Marco. Ich guck mal, ob ich hier. Ja, probiert mal, ob ihr das könnt. Äh, so. Wär ja nie das erste Mal, dass drückt ihr an was nie könnt. Sätze, fünf Tribunen, Stockelemente, Sockel-Elemente. Ist richtig? Mach ich irgendwas richtig? W musst du drücken. Das geht. Wo bekommen wir diese Sockel-Elemente her? Die Sockel-Elemente? Gleich vom Stahlwerk dann. Ich denke auch. Ja. Ich fahr mal den Betonemischal ein Stück zurück, der steht nie so wirklich richtig. So. Es waren nur ein paar Millimeter, aber... Jeder Millimeter ist entscheidend. Da fahr ich mit der Zugmaschine schon mal zum Stahlwerk. So, Marco, du guckst, ob du jetzt wieder kannst, ob das jetzt vielleicht wieder geht, nachdem ich da ein bisschen rumgehe. Mal sehen, ob ich jetzt kann. Wenn alle zugucken, ist das immer schön. Das hätte ja noch nie passiert. Geht's? No, jetzt geht's, no. Den, ob ich jetzt kann. Sehr eigenartig. Vielen Dank. Dinge gibt's. Aber irgendwie hast du denn komisch ausgefahren. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich hab einfach irgendwas gedrückt. Achso, bist du noch nie mit der Betonpumpe gefahren? Nein. Dann soll man das mal nachholen. Achso. Dafür muss ich ja nie baggern können. Genau, stimmt. Du hast aber nie wirklich gebaggert. Ha. So. Man muss ja nie alles können. Jetzt muss ich den doch aber noch richtig ausfahren. War denn das? Das ist rechts, links. So. Ah. Jetzt. Das macht ja gar keinen Sinn. Nicht? Nö. Hä? Erst weh ganz nach oben. Kriegst du denn hier hoch? Ja, jetzt geht's. So, meine Damen und Herren. Prontosaurus ist da. Glückwunsch. Mensch, das läuft ja gut heute. Jetzt dreh ich mich mal ein bisschen. Das geht ganz schnell. Genau. So seh ich das auch. Na, wisst du noch, woher das kam? Na, von, 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 du weißt schon. Du weißt schon? Ja, ich weiss, woher es kam. Na, hier von, von den E-Filmen mit wie, hier, du weißt schon, der Ene da. Mit Brad Pitt und. Mit Brad Pitt, genau. Wer kennt nie den E-Filmen damit. Mit Lolo Ferrari und Luise Koschinski. Ja, genau, genau. Den, den mäh nicht. Vielleicht musst du ja nicht wieder alle Säulen filmen. Vielleicht reicht's, wenn hier sechs gefüllt sind. Du weißt es nicht. Ja. Das geht aber daneben. Gewaltig. Lässt das einfach laufen, anstatt es wieder mal auszuholen. Na ja, ich muss es doch gucken, wo das hinfließt. Du hast doch den gelben Kreis. Der war weg, auch, der war aus dem Bildschirm weg. Deswegen habe ich mich schon gewundert. Das klappt halt echt super, ey. Läuft bei dir. Nicht. Nicht. So. Ja, jetzt sind die Skills richtig gut. Und Feuer. Miau. Und voll ist er noch nicht. Oh, Bede wieder voll. Das ist gut, wenigstens der Bede gefüllt. Was? Ja, ja. Sehr interessant. Die werden wohl ein unterirdisches Kanalsystem besitzen. Extra dafür, ne? Um das auszugleichen. Bin ich voll... Du kannst ja so eine Säule nicht einfach aufs Gras stellen. Die müssen ja irgendwie wenigstens ein Fingrament haben. Das gießt man halt da mittlerweile mit, mit diesem Kanalsystem. Genau. Passt. Oh, so Teiche, das musst du dir natürlich anhören, was unser Meister hier so erzählt. Ja, ja. Ja. So, aber haben wir das nämlich geplant. Ja, jetzt muss ich ihn erst mal ausbaumeln lassen. Klingt alles wieder so falsch, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Nur mal eine Betonspritze. Ja, Pumpe. Was willst du denn machen? Nur, das füllt sie auch gleich wieder. Cool. Wie ließ es eigentlich bei dir aus? Soll ich mal den Mischer anschmeißen oder hast du noch genug? Ich selber habe 62%. Ach so. Ne, dann fahre ich mal ein Stück vor, weil du musst ja dann eh bald umparken, glaube ich. Genau. Denke ich zu. Ja, muss ich auf jeden Fall. Hier rüber komme ich noch massig, aber... Ja, weiter kommst du dann nicht. Da werden nur die 62% noch reichen. Naja, klar. Ja. Und los spritzen. Schön. Jetzt ihn ra... Äh, was? Was? Wer hat das gesagt? Naja, ich will Sony. Na dann. Jetzt muss ich alles wieder einfahren. Müssen wir da einklappen, ja. Obwohl, bis da drüber... Ne, aber trotzdem bis zum letzten komme ich so oder so nie. Naja, gut. Naja, bis da drüber kommst du nicht. Vermutlich mal. Das denkst du. Yep. Fahre ich jetzt weiter aus? Muss ich mal F1-Taste wegmachen hier. So. Du brauchst doch nur, äh, zurücksetzen drücken. Das war die Escape. Oh. 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 Nee, doch, war doch richtig. Ja, ja. War richtig. Oh. Oh. Ich hab jetzt den Spielspann gelöscht. Schade. Ja. Oh, passiert. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Wer hat schon mal die Zugmaschine zum Stahlberg fahren, war? Das ist, die ist schon dort. Ach so, okay. Schade, war? Hab ich schon gemacht. Darfst du nicht so viel arbeiten, als Chef? In der Großstadt. Oh. Reicht dir das oder soll ich noch ein Stück vorfahren? Warte, ich mach mal das Schnäbelchen auf. Ach so, ich muss jetzt mal die Stützfüße auswählen. Vorher kann ich das Schnäbelchen hinten hier aufmachen. Ich mach mal an der Zwischenzeit mal eine Cola auf. Wenn ihr nicht dort gegen habt. Nicht durch. Aber wie das hier läuft, ne? Also wir haben angefangen mit einem simplen Sportplatz. Jetzt hat er schon Licht und jetzt bekommt er auch eine Tribüne. Dann kriegen wir vielleicht auch irgendwann mal dieses scheiß Achievement. Ja. Aber da waren noch etliche andere, oder? Weißt du nicht, ob noch was fehlt jetzt dann beim Stadion nach der Tribüne? Bist du nie was? Noch eine Tribüne. Und noch eine. Und noch eine. Nee, ich meine, ich meine, äh, äh, allgemein hier, da gab es noch mehr als Chiefments, einen Fußballplatz. Na gut, das ist ja auch ein Stadion. Ich hatte gedacht, noch sowas wie eine Schule. Ich kann ja mal reingucken. Ich hab ja gar nicht. Ja, eine Schule war, irgendwas war da noch. Irgendwas ist doch immer. Noe. Äh, da, 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 da. Meine Mutter war meiner Geburt auch gesagt. Verständlich. Ja. Das sind diese ganzen, diese ganzen Dauerauftragsteile. Nee, hier sind sie nicht. Dann vielleicht Erfahrungs... Nee. Ich dachte, nee, hier muss es doch dabei sein. Wo ist denn das? Das muss doch irgendwo sein. Noe, mei. Wo ist denn das jetzt? Bau die Schule, genau. Bau die Schule, bau den Sportplatz. Schwimmbad haben wir schon. Hat aber okay den Chiefment dafür gekriegt, oder? Also ich schon. Okay. Freut uns für dich. Hä, läuft das jetzt überhaupt hier rein, oder? Nö. Wo es denn eigentlich drüber ist? Nee, nur noch gießt den Rand. Doch geil. Ich hätte gedacht, äh, es gab noch sowas wie eine Kirche, aber anscheinend nicht. Nee. Nee. Wir bauen keine Kirchen. Jetzt. Das fällt aus. Anscheinend fällt das aus. Scheinbar. War das Lieblingswort von meinem Astro-Lehrer damals. Scheinbar. Das freut mich für deinen Astro-Lehrer. Er war ein weiser und kluger Mann. Oder so. Astro ist geil. Kein weißer war er ja, aber... Das war's dann auch. Na gut, wir hatten auch einen super Astro-Lehrer. Und das Glück, dass wir in der Nähe von der Sternwarte waren. Und quasi jede Astro-Stunde in der Sternwarte waren. Und das war aber auch schön. Ja. Zwar halt im Planetarium, weil hell und so, aber... Im Aquarium. Überhin etwas. Astro-Unterricht im Aquarium. Ist auch ein bisschen dumm, oder? Ich verstehe das auch nie, aber bitte... Ey, jetzt sagt mir bloß... Doch, ich stehe ja schon fast drüber. Sehr gut. So. Ich denke, jetzt haben wir's. Schön rein, das gute Zeug. Da haben wir den Mischer ja, aber ich fühle dich trotzdem nochmal nach mit dem Mischer. Warte mal kurz. Damit noch ein bisschen was zum Festwerden drin ist, Menster. Damit ich dann wieder was rauspulen kann. Ja, genau. Jetzt hat er zugemacht. Jetzt hat er Blödmann zugemacht. Das ist... Ja, weil ich zurückgesetzt hab. Das war wichtiger als du. So, jetzt hab ich's aber gegeben. Ja. Ich bin entsetzt. Habt euch noch ein bisschen befüllt hier gegenseitig, ja? Na ja, ich bin gleich voll. Das Teichel lässt sich wieder auch nicht daneben laufen. Ja, eben. Was ist denn jetzt los? Wieso lässt du uns daneben laufen? Hallo? Das Ding hat sich auch immer verdreht? Ja, natürlich. Das Ding hat sich verdreht. Ja, das kann sich auch immer verdrehen, oder? So, bin jetzt voll. Sehr schön. Ah, hast du Samen im Darm? Er hat Samen im Darm. Alarm im Darm ist auch immer. Samen im Darm. Das ist noch Hilfnägeprodukt. Der Currywurst, die ich vor einer halben Stunde gegessen habe, schwimmt jetzt nicht. Schwimmt jetzt in deinem Samen. Dein Meer aus dem Färmer. Oh, so. Schön. Es ist von Ärzten. Hätten wir das ja jetzt auch geklärt. Sind wir immer noch nie alle weit genug weg, oder was ist hier los? Mobilkran und die Betonpumpe. Hä? Ich bin doch schon zehn Kilometer weg hier. Bauen sie den ganzen Sportplatz, den ganzen Parkplatz mit der Tribüne voll, oder was ist hier los? Ich weiß es auch nicht. Besonders, kann ja noch nie so viel passieren. Wir müssen ja noch die ganzen, äh... Der Mobilkran. Gärtnen und Quatsch. Nicht so viel. Der Mobilkran. Oh, jetzt, ey. Mensch, ach deswegen. Bumsel, Bumsel. Wegen den Treppen. Ach, die Treppen sind schon da. Ach, die Treppen sind schon da. Wer hat die geliefert? Na, ich? Kann ich auch mal ne Runde Mobilkran. Ob der Rest, ob der Rest dann auch einfach da ist? Hm, cool wär's ja. Na, dann Mobilkrane mal ein bisschen, Marius. Das sind keine Treppen, das sind Sockel. Hä, Sockel? Oh Gott, jetzt fällst du wieder auseinander bei mir gerade. Ich? Ungefähr, ne bitte? Ja, ungefähr. Stückfüche müssen ausgefahren werden, dass ich das immer noch nie gelernt hab. Hm. Nee, also das geht ja auch nicht. Ich mach ja nie so viel. Och, na eben. Jetzt seh ich das im Stream, dass ich auseinanderfalle. Wobei, jetzt geht's wieder. Was du erzählst. Ich hab übrigens die Bitrate gerade auf 2000 runtergestellt, weil wir das ja mal probieren wollten wegen... Es läuft besser aus, oder? Ich weiß es nicht. Also, es sieht nie besser aus, aber es läuft halt besser. Aber es sieht auch nie schlimmer aus. Nee, wiss ich nie. Aber ja, kann sein. Ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Nee, das muss man machen. Das ist wichtig. Sogar 1500 wird empfohlen, aber lassen wir's mal so. Wir können's erst mal so testen. Was ich allerdings mal probieren würde, ist... Nein. Wenn man zum Beispiel Full HD streamt, ob man dann halt auf einen anderen Server landet und dann mit höherer Bitrate und ob das dann funktioniert. Vielleicht geht das. Ja. Muss ich mal probieren bei Gelegenheit. Ja. Und, wie war's? Wie war's?